Spielst du das Splatfest am Wochenende? Safe, Bruder! Ich freue mich seit Monaten darauf, endlich in Splatfest gehen zu können. Wirklich, einfach schön in die vordefinierten Maps rein, die man nicht wechseln kann, mit schlechter Internetverbindung, um irgendeine Gammelfrage zu beantworten, die keinen interessiert. Digga, ich freue mich so sehr auf Splatfest. Die letzten vier Splatfests haben mich auch schon so vom Hocker gerissen, weil Splatoon hat so eine geile Community, da macht es richtig Spaß, geile Turniere mit denen zu veranstalten, weil die einfach, die können es einfach. Ich liebe Splatfests.